Was bisher geschah. Hier wurde Kai's Handy hingebracht. Doors Firmenzentrale. Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safeknacker-Roboter. Oma sagt, hier gibt's ein Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. Stoddard. Sagt, der zahlt 250.000 für dich. Lebens. Ich hab relativ gute Neuigkeiten. Nettes Teil. Ziemlich verbeult, aber ich kann's reparieren. Verziehen wir uns nach Miami. Funkgeräte, Uniformen, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte, Seile und ein Safeknacker-Roboter. Dann geht's los, ja? Ganz genau. Ab nach Miami. Halt. Wir müssen die Bude richtig aufräumen. Wir dürfen nichts Belastendes zurücklassen. Okay. Dann räum ich mal an der Tür auf. Was zum Teufel ist das denn? Stopp! Stopp! Scheiße, du könntest dich von mir verstecken! Ich hab dir alles beigebracht! Scheiße. Alles cool bei dir, Nick? Verdammt, knall das Schwein ab! Oh, Ladehemmung. So ein Pech, aber auch. Und schütz, Nick. Nick! Scheiße, Kai! Ja, sorry. Das ist aus. Geh doch ran und sag hallo. Hallo. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, Doris will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Okay, Tyson, wo steckst du? Er müsste längst wieder draußen sein. Er ist seit über einer Stunde drin. Der hat sich doch verirrt. Auf der Tür zum Tank ist ein Schild. So schwer ist es nicht. Hi, Leute. Sorry. Hab mich verlaufen. Wo bleibst du denn? Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt's mir Rohreiz einer Kirchenorgel. Hey, Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was die sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das allklar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Yep. Mann, ein furchteinflößenderes Haus hätte sich Doris nicht aussuchen können. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment, haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Es wurde so gebaut, weil das hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann. Mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren Glas fühlt sich Doris bestimmt total unantastbar. Wollt sich gleich aufstellen, hm? Los jetzt. Tyson wirft gleich das Seil ab. Hier, ich hab noch einen. Was für ein Scheißfeuerbe. Da ist der Fan. Moment. Sekunde. Los, wir haben's eilig, Boomer. Ich weiß. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich mein ja nur, wenn mir gleich eine Million Gallonen Wasser auf die Birne knallen würde... 200.000. Oder 200.000 Gallonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich mein ja nur... Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist da auch ein Sandwich drin, oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring bis hinter uns. Bring das Seil zum Boot. Hey Mann, ich sollte oben beim Brecher sein. Willst du etwa tauschen? Ne, ist schon okay. Viel Spaß. Wir machen ja der Versuch. Nimm das Pack aus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Wie viele Leute braucht man denn, um am 4. Juli ein Körbos zu bewachen? Wir sind hier heute Abend viel zu viele. Wir werden bezahlt, also machen wir's. Und einen Haupteingang. Und viele Wachen. Der Boss hat auch nicht endlos Geld. Ne Menge Wachen. Je mehr Leute, desto weniger Lohn für uns. Ne, ne, so läuft es nicht. Hände hoch! Los! Hey, hey! Den hab ich nicht. Was hast du da? Holzbläder? Naja, ähm... Magde Frauen mit Äxten. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Spannend auf dich auf. Ich bin nicht los. Nein! Keine Bewegung! Alles klappt. Okay. Okay. Den Code kann ich doch knacken. Leute! Ich bin auf den Anzeigen. Die Bachleute feiern hier eine Party. Okay. Dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Sag mal, was hast du als Kind früher am 4. Juli gemacht? Naja, Hotdogs gegessen, Feuerwerk und so. Und du? Tyson, wir sind auf 20. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin vor dem Eck für Rohr. Das Wort renoviert wird. Wir sind unterwegs. Was? Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. Zwei Bier. Ich habe ein Zeitalter. 12.000 Jahre Zivilisation. Wir können immer noch kein ordentliches Feuerwerk machen. Hä? Was? Schäufer mit Schwerwerk zu verteilen. Schäufer. Hier ist einer am Boden. Der ist hier sicher noch irgendwo. Nein! Mach ihn alle! Hey, hey, hey! Scheiße, hoffentlich ist dieses Glas wirklich kugelsicher. Wir haben ihn! Hey, schau wieder! Hey, schau wieder! Hey, hier los! Ab ihn! Los, weiter! Scheiße! Verdammt! Arlan, weg ist der! Geh, schau wieder! Geh, schau wieder! Oh, sick! Geh, schau wieder! Geh, schau wieder! Ich seh ihn nicht! Geh, schau wieder! Versuchen wir's mit einer Gasgranate! Geh, schau wieder! Geh, schau wieder! Tyson sagte, er wäre im Eckbüro, oder? Hey, los, komm her! Hier! Mittagessen von Puma! Ich hab' seit bestimmt acht Tagen keinen Bruch mehr gemacht! Hey! Ist das auch das richtige Rohr? Aber klar! Und ihr beide, das ist ein Wahnsinn. Wir müssen rauf. Jetzt kommt der spaßige Teil. Die Sicherheit von Dors Penthouse hängt an diesem Privataufzug. Lord Boomer lässt er sich nicht hacken. Gut, dass wir ihn nicht hacken. Okay, lasst es krachen, ihr Wasserratten. Der Wassertank wird sich in den Schacht entleeren. 10-4. Also gut. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen, das habe ich gemacht. Das hast du jetzt davon. Sag ganz ruhig, Kai, das klappt schon. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Tja, da muss ich dir wohl jetzt vertrauen. Okay. Tja, da muss ich dir vertrauen. Tja, da muss ich dir viewpointen. Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen. Los, irgendjemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion. Nein. Das will hier bestimmt keine Cops haben. Okay. Schön, dass ihr beide noch am Leben seid. Ich sag's mal so, für den Ex-Buhln hat er aus Geschmack. Das da, das ist ein 24.000 Dollar-Tischchen. Kennst du diese Magazine für Reiche, die die wirklich reichen, gar nicht lesen? Habe ich alle abonniert. Im Gegensatz zu euch, Neanderthalern, weiß ich Luxus zu schätzen. Sorg dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt. Okay. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Gute Frage. Okay, wir müssen uns umsehen. Der Tresor muss hier irgendwo sein. Idiot. Oh, hallo. Ich glaube, Doris hat als Kind so viele Comics gelesen. Also gut. Das sollte reichen. Okay, Brecher. Dann leg los. Du lässt ihn ganz allein? Was soll ich denn machen? Ihn anfeuern? Leute, es gibt schlechte Neuigkeiten. Lass mich raten. Besuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario? Ja. So viele. Okay, da sind sie. Bereit machen. Im Dorfbüro sind Waffen. Bereite alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Wir werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Wir müssen die Kerle aufhalten. Nichts, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. Schütter. Da sind sie. Auf meinen Seiten geht's los. Das krieg ich mir mal an. Kommt los, sucht sie. Und? Aufstehen. Los, da drüben nachsehen. Sucht weiter. Den Fall ist er. Macht ihn alle. Da hinter. Was? Was? Rein ihn ab. Vorsicht. Wo ist denn? Wo ist denn? Den Fall ist er. Wo ist er? Verdammte Scheiße! Wie lange braucht der Brecher noch? Vielleicht piepst er, wenn er fertig ist. Die haben den Strom abgestellt. Da sind noch welche. Wenn du ein Infra-Rot-Visier hast, setz es ein. Nach dem Beginn, das Büro ist besser. Es ist überall. Habt ihr da schon nachgesehen? Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Kino! Kino! Kaisen! Kino! 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 Moment! Kino! Der Brecher hat's geschafft! Na, komm schon. Ich werd verrückt, das Chef ist auf. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Zurück! Tysons! KeINK Kyle?! Er lebt. Die Wester hat ihn gerettet. Hey, bleib bei mir. Ich bin da. Er muss sofort hier raus. Komm, steh auf! Bring ihn zum Seil. Hier lang. Doors wusste, dass wir kommen. Du hast mich nicht erwischt. 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 Du hast mich nicht erwischt.